Das ist mal vielleicht etwas, was außer der Reihe ist, aber außer der Reihe gibt es ja nie etwas, sondern die Dinge gehören alle zusammen. Aber hier mal etwas vielleicht sogar glossenartiges, in dem Sinne Humoreskes. Schweinereien. Wen kümmert's? Sum kuikwe oder die Sau quikte? Bizarrer Untertitel. Schweinereien. Was sind Schweinereien? Nehmen wir es mal eher symbolisch, um nicht gleich ins Fettnäpfchen zu treten und vielleicht vollkommen daneben zu sein. Das Symbol der Schweinerei oder die Frage ist, Schweinerei ein Symbol oder eine Tatsache? Wie oft hast du schon diesen Ausdruck gehört von irgendjemand, wahrscheinlich von einer älteren Figur, von deinem Vater, deiner Mutter oder irgendwelchen älteren Menschen, du warst jünger, die haben dann gesagt plötzlich, was für eine Sauerei, was für eine Schweinerei, die da gerade passiert ist, wieder mal politisch oder beim Finanzamt. Oder eben als Tat eines fürchterlichen Verbrechers, der Schweinereien begangen hat. Menschen, die schweinisch sind, die säusch sind oder denen dieses Schweinische und dieses Säuische unterstellt wird oder damit verglichen wird. Und die Sau, das Schwein, das Wildschwein, das wir im Wald kennen, das Hausschwein, das vermarktet wird und den Batterien gehalten wird, den Fabrikanlagen gehalten wird und um dann eben beim Aldi zur Wursttheke zu finden. Und bei wem ist ja irgendwo ein Tier, an dem viele Menschen teilnehmen, indem sie es schlichtweg aufessen. Aber darum geht es ja nicht so. Das Essen ist dann doch mal eine andere Geschichte. Aber nimm es mal als Symbol oder eben als Tatsache. Es ist das Unordentliche an sich. Hier gibt es in der Nähe so einen großen Schweinehof. Der ist eine Attraktion für viele Familien, dahin zu gehen mit ihren Kindern und am Wochenende geradezu hin zu pilgern und diese Schweine zu betrachten. Diese kleinen Ferkelchen, diese wunderschönen, die Muttersäue und natürlich auch die Eber und all das Schweinesche. Und dann hinten gibt es so einen Laden, da kannst du dann metzgerweise diese ganzen Dinge auch noch kaufen, solange eben die Ladenöffnungszeiten da sind. Und das ist total beliebt, weil die natürlich vor allem auch einen, die haben tatsächlich einen Kinderspielplatz und die haben noch andere Tiere, also ein großer Bauernhof. Und was immer wieder auffällt, ist die Unordnung. Also die Schweine, wenn du sie nicht ordnest oder von selbst ordnest, tatsächlich sich suhlen im Dreck und das Lieben dazu zu sein und alles Mögliche grunzend anzugehen. Also dieser Dreck, den wir uns nicht trauen als Menschen, weil wir diese Sinnlichkeit meistens aberzogen bekommen und es nicht tun wollen, uns darin zu suhlen in dem Dreck, in all diesen Möglichkeiten. Unsäglich geradezu und unmoralisch, eben schweinisch und schweinehaft. Also an der Grenze eines Unethischen für uns oder Unmoralischen für uns als Menschen, weil wir doch in der Regel gut erzogen sind oder gut erzogen sein wollen und nicht so enden wollen wie ein Schwein, das natürlich ist. Ich meine, es ist keine Frage der Ethik des Tieres. Das Tier ist in Ordnung so, wie es ist. Das stelle ich hiermit nicht in Frage. Aber es ist eben doch für uns so ein negatives Bild von dem, was wir eigentlich nicht tun wollen. Und Achtung, Schweine sind uns biologisch, physiologisch sehr ähnlich. Es gibt Schweinelebertransplantationen und so weiter. Also sie sind nicht so weit von der Genetik vom Menschen entfernt. Aber hier eben dieses sich gehen lassen, sich vollkommen sein lassen, nicht den menschlichen Verstand zu haben. Schweine sind zum Beispiel auch karnivorisch. Das sind alles Fresser. Die fressen nicht nur Pflanzen oder gekochte Kartoffeln, sondern alles Mögliche, was ihnen in den Weg kommt, bis zu den Säuglingen, die sie anknabbern können, wenn du sie einen Moment lang ohne Aufsicht lässt, mit Kleinkindern zum Beispiel auch, die sich nicht mehren können. Also in dem Sinne auch etwas Unmenschliches als Symbol und damit grausam und damit übergriffig. Ich hatte mal eine Putzfrau, die mir mal erzählt hat, als sie aufgewachsen ist als junge Frau, als junges Mädchen. Und bei dem elterlichen Hof war, dass sie von Schweinen mehrfach angegriffen worden ist, die ihnen nicht nur die Waden gezwickt haben, sondern richtig reingebissen haben. Also total übergriffig waren und angriffslustig. Und das verkennen zum Beispiel auch viele Wanderer und Spaziergänger, wenn sie in deutschen Wäldern unterwegs sind. Wenn du mal einer Wildschweinhorde dumm begegnest in der Art, dass sie vielleicht ihre Jungen dabei haben, dann kann das ganz schön unangenehm und geradezu gefährlich werden. Also diese Übergriffigkeit in dem Tier, das ist natürlich möglich. Es sind ja nicht nur niedliche Schweine, die man schön in Form von Wurst essen kann und all das, sondern sie haben es wirklich in sich. Das heißt außerhalb der typischen Kontrollmöglichkeiten, die wir als Menschen so komplex im Laufe unseres Lebens erleben. Natürlich stellen wir uns die Frage, warum diesem Tier zugeordnet, weil wir das nicht sein wollen, weil das Schwein eigentlich, also auch in vielen spirituellen Richtungen ein unreines Tier ist, dem man diese Unreinheit zuordnet. Und insofern etwas ist, mit dem wir uns immer wieder vergleichen. Und das ist ja oft im Tierreich so, dass es Tierarten gibt, wo wir sehr schnell den Vergleich wagen und sagen, so möchte ich nicht sein oder so möchte ich sein, auf eine gemächlichere Tour oder auf eine bizarrere Art und Weise zu sein, immer wieder diesen Vergleich des lebendigen Wagen oder das lebendige Miteinander vergleichen, so auch uns eben mit den Tieren. Und das ist ein Grund für einen Zoobesuch oder wie gesagt, diesen Besuch auf diesem Bauernhof mit den Schweinen. Und Schweinen wird natürlich auch alles untergeschoben. Deswegen sagen wir ja auch Schweinerei dazu. Und Schweinereien möchten wir möglichst in unserem Leben nicht erleben, sondern wir möchten unschweinisch sein, erzogen, kultiviert, moralisch, natürlich ethisch sein. Aber das Schwein ist all das nicht oder scheint all das nicht zu sein. Und insofern werden Schweine immer wieder schuldig. Sie werden in dem Sinne symbolisch schuldig für etwas und vielleicht auch aus dieser Schuld heraus, die wir ihnen zuschieben, gegessen oder von uns gefressen. Fressen wir auch, wir belegen diesen Ausdruck nur den Tieren zu, aber letztendlich ist das das Gleiche. Also ich versuche zum Beispiel persönlich, wenn es geht, wenig Schweinefleisch zu essen. Das ist selten, dass ich das tue. Aber ja, ich tue es auf jeden Fall. Auch das ist jetzt nicht ein No-Go in der Hinsicht, aber es ist schon etwas, von dem ich Abstand nehme. Nicht nur aus Skandalgründen, aus Schweinehaltungsskandalen. Das sind wirklich tierische, unethische Dinge, die da passieren, diese Massentierhaltung mit allem, was dazugehört. Aber wie ist das, wenn du diesen Begriff selbst für dich hörst? Du hast ihn vielleicht auch gar nicht erwartet hier bei den Audios. Und darauf kommt es mir immer wieder an, um geradezu eben neu, unkonventionell zu sein und eben da auch Themen reinzubringen, mit denen man sich gewöhnlicherweise nicht auseinandersetzt, um ja nicht den Verdacht entstehen zu lassen, wir sind ja nur heilig und fromm und machen nur bestimmte Dinge und das andere interessiert uns nicht. Nein, ich versuche immer wieder so, mitten ins Leben reinzugehen und auch so ein Thema anzusprechen wie jetzt Schweinereien. Wen kümmert es oder so um Kuhigwe? So um Kuhigwe heißt jedem das Seine. Und mein Vater hat mal daraus einen Witz gemacht und gesagt, so um Kuhigwe, die Sau quiekte, um das auf Deutsch zu übersetzen, was natürlich nicht so ist, aber die Sau quiekt trotzdem. Und so um Kuhigwe bedeutet einfach jedem das Seine, jedem, was sein Schicksal ist oder was ihr Schicksal ist oder wie ihre Persönlichkeit ist oder wen kümmert es. Wen kümmert es diese Schweinerei? Und wenn wir uns gehen lassen im Vollsuff als Menschen oder in einem Drogenrausch, dann entstehen plötzlich diese unproportionierten Schweinereien und Seltsamkeiten, diese Ausuferungen, die wir uns vielleicht auch im Karneval leisten oder im Karneval geleistet haben und da so vollkommen außer uns sind und das auch kirchlich erlaubt ist. Das ist ja interessant auch, dass der Karneval eigentlich eine katholische Einrichtung ist und auch so etabliert wurde, dass die Menschen sich ab und zu mal wirklich vollkommen gehen lassen können und wie die Säue auf den Tischen tanzen, fressen, saufen und all das, also vollkommen unflätig werden. Das ist ja auch ein schöner Ausdruck, dieses unflätig sein, vollkommen die Sau rauszulassen, wie wir auch oft in der Schule gesagt haben. Der hat jetzt wieder mal die Sau rausgelassen und der musste das auch, um überhaupt sich wiederzufinden, also die normale Proportion des Lebens zu finden. Wir sind oft viel zu gut erzogen und damit eben auch tatsächlich zu sehr von anderen Menschen bestimmt, fremdbestimmt, natürlich eben im Sinne deiner Eltern, die dich gut erziehen wollen und deswegen lässt du dann als Jugendlicher, jedenfalls haben wir das als Jugendliche gemacht, manchmal die Sau raus in dem Sinne, dass du vollkommen out of order bist und das alles hat. Und genau das ist ja das, was wir in das Schwein hinein projizieren als Menschen. Das ist eine Sau, ein säuisches Verhalten und das tun wir nicht oder deswegen sind wir Menschen, weil wir eben keine Schweine sind. Aber wir haben doch sehr viel mit Schweinen gemeinsam. Das heißt also, dieses Schweinische, egal ob das jetzt ein Verbrechen ist, was passiert ist oder das einfache Schweinische, indem man schweinisch isst und vor sich hin sabbert und der größte Teil vom Essen vom Teller auf den Boden fliegt oder was auch immer es ist. Es ist eben das Schweinische, das wir nicht mögen und das uns andererseits doch so sehr anzieht und das wir auch immer wieder sind. Und es ist ja noch ein vornehmer Ausdruck, wenn ich gesagt habe, es ist unproportioniert, sondern es ist einfach außerhalb aller Regeln, aller Moral, aller Vernunft, aller Möglichkeit bis hin zum fürchterlichen Meuchelmord oder was auch immer Menschen auch durchaus veranstalten können, was dann schweinisch ist und als Schweinerei bezeichnet wird. Das ist doch mal ein interessanter Ausdruck, sich mit dem zu beschäftigen und zu sagen, na wie ist das jetzt, wenn ich meine Kultur verlassen habe. Es ist ja geradezu etwas Unkultiviertes, diese Schweinerei. Dem Schwein wird garantiert nicht eine Kultur zugebilligt. Da gibt es ganz andere Tierarten. Da würden wir sagen, aufgrund der Statue, aufgrund der Körperlichkeit, oh, das ist aber ein kultiviertes Tier, das ist zurückhaltend und das ist einfühlsam, das ist vorsichtig, das ist liebevoll und das können Schweine natürlich auch, gar keine Frage. Und bitte, es wäre jetzt auch vollkommen falsch, diese Tiergattung zu diffamieren. Das habe ich auch gar nicht vor, sondern es geht tatsächlich nur um das Symbolische, um ein Abbild des Verhaltens, das wir eben als Out of Order bezeichnen, als Menschen, immer wieder als Schweinereien. Wen kümmert's? So ein Kuhig will oder die Sau quiegt.